Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverant. Wir sind noch in Sarsau beim Kloster. Man wollte uns gestern ermorden. Und das war der stellvertretende Baumeister. Den haben wir jetzt getötet, weil er den Leszek umgebracht hat. Leider Gottes. Und ja, jetzt sollen wir nach Kallenberg. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Aber erstmal müssen wir unseren Hund füttern. Unser Hund kriegt hier erstmal eine schöne Räucherwurst. Mein Gutschro. So, dann loben wir ihn natürlich nochmal. Damit wir unseren Hundeskill nämlich auch nach oben kriegen noch ein bisschen. So, und dann anderes Kommando. Lauf frei. Genau. Gut. Dann Aufsetzung. Dann machen wir jetzt eine Schnellreise. Nämlich nach Teilenberg. Und von da aus gehen wir dann weiter nach Miro. Mirojett. Zum Lager von Herrn Ratzinger. Und werden uns dann da mit den Truppen treffen und einen Angriff durchführen, glaube ich. Glaubt, dass da ein Angriff stattfindet. Aber das sehen wir dann. Wir wurden schon lange unterwegs nicht mehr aufgehalten und angegriffen, ne? Und wir können vom Topf essen. Wir haben Sattheit 74. Das ist gut. So, der müsste eigentlich auch von der Zeit her, der will ich wach sein. Hoffe ich doch zumindest. Ist die Frage, ist er oben oder ist er unten? Ich gehe davon aus, dass er oben bei sich ist. War er jetzt nur ganz oben oder war das die Küche? Was war das denn? Ich? Nee. Das ist ja Kamera. Ey, der ist ja bestimmt oben bei sich in der Hütte. Wow. Da ist er ja. Der Dewich. Mein Gutser. Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt. Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Hab Dank, Herr Dewich. Ich muss mich mal wirklich waschen, sehe ich gerade. So, was haben wir jetzt bekommen? Steinschlagfest absolviert, ja. Was für eine Belohnung haben wir jetzt bekommen? Ich habe keine Belohnung gesehen. Nö, Waffe auch nicht. Ja gut, Nahrung wäre egal. Ha. Warte mal, was flinkt wie ein Wiese war bei... Agility 15. Was haben wir? Wir sind erst bei 14. Haben wir endlich unseren Essens-Buff wieder? Nee, ne? Nö. Oder? Schneiderlein? Nee, haben wir immer noch nicht. Achso, wir wollten vom Topf essen. Dann müssten wir eigentlich hier drinnen können in der Küche. Ein Wunder schön. Und auch gut doch. Darf ich mal aus dem Topf da? Dankeschön. Und jetzt sind wir... Sehr schön. Gut, dann reiten wir jetzt schon in der Ratzinger. Also... Erstmal raus aus dem Schloss. Weil die Schnellreise würde hier sehr lange dauern. Durch. Ja. Entschuldigung. Und dann ab. Machen wir da bis nach da. Und dann ab ins Lager. Ich glaube, wir haben die... Wir haben nichts fallenmäßig oder vergiftet im Lager. Weil da so viele waren. Ich glaube, da waren richtig viele Kumaren. So. Jetzt weiß ich auch, warum ich manches so komisch höre. Weil ich meine Kopfhörer falsch rum auf hatte. So. Wir müssen da hin. Zum Lager. Oder? Aber jetzt muss ich selber mal gucken. Wenn ich jetzt die Hauptquest folge. Das ist ja... Doch, hier. Nee, zeigen. Warum? Zeig. Ja. In die Richtung müssen wir. Halt. Halt, halt, halt. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wir müssten eigentlich unser Pferd... Obwohl, so schwer ist unser Pferd nicht beladen. Das geht. Ähm. Wir müssen auf jeden Fall... Weil ich glaube, wir könnten... Wenn wir da angreifen, sind da bestimmt ja viele Rüstungen, die wir mitnehmen können. Also sollten wir so viel wie möglich eigentlich weglagern. Hm. Okay. Den Apfel könnten wir essen. Den nächsten auch noch. Wieder ein paar Gramm weniger. Gehen wir mal. Oh. Du musst ja ausgerichtet und meine Richtung laufen, ne? Ja. Kommen wir hier rüber. Uah. Ähm. Da bin ich ins Zelt reingestürmt. Es tut mir leid. So, wo ist er denn? Nee, ist ne Wache. Da, Herr Ratzinger. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dich zu sehen, Junge. Herr Hanusch hat mir vom Turniersieg erzählt. Gut gemacht, Heinrich. Danke. Danke, danke. Hm. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut. Sprich. Ah. Hm. Ich begab mich nach U-Schütze, da Heinz dort lebte. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen, um zeugenlos zu werden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ich habe Informationen über einen von Heinz' Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledetschko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Ja. Ich fürchte, ich habe schlechte Kunde, Herr. Hm. Damit habe ich bereits gerechnet. Sprich. Stinker versteckte sich in den Wäldern und seine ehemaligen Spießgesellen wollten ihn umbringen, da er, der hinkende Heinz und die anderen sie in Neuhof im Stich ließen. Offenbar wollten sie niemanden töten. Jedenfalls sagte Stinker, dass ein Bandit namens Wicht sie angeheuert hätte. Das ist der Kerl, der dein Schwert stahl. Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute aus, sondern wollten bloß Blut vergießen. Und das Schlimmste ist, dass sie in der Gegend ein Lager haben und weitere Schandtaten aushecken. Sack. Mach ich. Und? Ich bin zurück, Herr. Ausgezeichnet. Was hast du herausgefunden? Hm. Es gibt ein verlassenes Dorf in den Wäldern und dort verstecken sie sich. Klingt nach Priebus Lavitz. Es gehörte Herrn Divish, bevor Havel Medek es überfiel und niederbrannte und Divish danach wegsperrte. Seitdem ist es unbewohnt. Ich hatte gehofft, sie wären nur ein wilder Haufen. Erdwelle und Befestigungsanlagen. Das ist etwas ganz anderes, als eine Horde Abschaum aus den Wäldern zu jagen. Hm. Ich versuchte, sie zu zählen. Und wie viele sind es? Bedenke, ich verlasse mich auf das, was du sagst. Wir werden um Verstärkung bitten müssen, und das ist kein leichtes Unterfangen. Jeder Mann, der mit uns kommt, wird irgendwo fehlen. Und ich möchte nicht, dass sie in einer anderen Stadt brandschatzen, weil niemand mehr da ist, um sie zu verteidigen. Hm. Warum der Rede wird nicht, äh... Da sind ja alleine... Ich hab einen, glaub ich, getötet, und dann kamen da fünf, sechs Mann. Also da ist schon... ...ne Menge. Ich konnte sie nicht mal alle zählen. Bei Gott. Wir werden Truppen aus der ganzen Region benötigen, selbst wenn das bedeutet, Städte und Dörfer unbewacht zu lassen. Jeder waffenfähige Mann wird mit uns ziehen müssen. Mhm. Es sind überwiegend Banditen. Keine Bauern mit Mistgabeln, aber auch keine ausgebildeten Kämpfe. Genau wie er hat. Das waren doch Kumanen. Ich habe keine Furcht vor ihnen, aber es kann fatal sein, den Feind zu unterschätzen. Ich habe mir ihre Waffen und Rüstungen angesehen. Sie sind keine richtige Armee, aber ziemlich gut gerüstet. Das stimmt. Ja. Sie haben ein Paar, und die sind gut aufgestellt. Wenn wir sie frontal angreifen, richten sie wohl großen Schaden an. Das gefällt mir nicht. Es verkompliziert die Sache. Sich vor der Schlacht um sie zu kümmern, wäre die beste Lösung. Mhm. Das ist alles, was ich weiß, Herr. Mehr fiel mir nicht auf. Schon gut. Konntest du sie sabotieren, wie ich dich gebeten hatte? Nein, Herr. Nein. Wie dem auch sei, das war gute Arbeit, und du verdienst eine Belohnung. Doch zuerst müssen wir ausrücken und ihnen schnellstmöglich ein Ende bereiten. Du musst dich zu Herrn Divisch nach Tallemberg begeben und ihm sagen, Hauptmann Robert und seine Männer zu entsenden. Wir benötigen ihre Hilfe. Auf mich ist Verlass, Herr. Was soll ich ausrichten? Sag, Herr Robert, er soll bis auf ein paar Wachen alle seine Männer versammeln und überbringe Herrn Hanusch dieselbe Nachricht. Oh. Ich lasse ebenfalls nur ein paar zurück. Wir brauchen jeden waffenfähigen Mann. Verstanden, Herr? Und spute dich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Okay, okay, okay. Das bedeutet... Ja, das haben wir leider nicht geschafft mit dem Sabotieren. Das bedeutet, wir sollen jetzt nach Tallemberg und... nach Ratai. Ich hab das jetzt richtig verstanden, aber... Gucken nochmal auf die Questlog. Bitte, Herrn Divisch. Sabotiere. Du kannst ihre Pfeile in Brand stecken. Sabotiere. Du kannst... Immer noch aktuell. Wollen wir es doch riskieren. Wir könnten es doch riskieren, da nochmal hoch zu flitzen. Haben wir hier einen Schnellreisepunkt irgendwo. Da oben hat man, glaube ich, sogar einen Schnellreisepunkt. Was ist denn, wenn wir den hier einfach mal ansteuern? Mal gucken. Vielleicht können wir sie ja doch noch... Halt, wir haben kein Gift dabei. Nein. Können wir abbrechen? Können wir noch abbrechen? Ich brauch, äh... Ich brauch ne Unter... Ich brauch, ähm... Uah. Nein. Ich hab kein Gift dabei. Was ist das? Ich hab aus Versehen auf Escape gedrückt. Was war das? Was ist das? Schnellreise? Ah, okay. Wir haben alle Orte entdeckt. Was war das? Hier war doch irgendwas unterwegs. Ich hab aus Versehen so schnell auf Escape gedrückt, dass ich nicht sagen kann... Was genau? Gut, wir haben kein Gift dabei. Wir könnten... Du hast vor... Ah, wir haben die Spezialisierung wieder. Da, wir sehen ja da... Dutz, schon wieder Wachen rumeiern. Das Problem ist halt... Weiß halt nicht, was passiert, wenn wir den angreifen. Oder der auf uns zukommt. Ja, was das ist, das bin ich. Du kannst mal herkommen, du. Was? Das ist ein Wilds, oder? Hey, wer ist da? Was war das? Was ist? Hast weiche Knie bekommen, was? Nein. Der kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Hat mein Schild nicht dabei, war? Wo ist mein Schild? Wo ist mein Schild? Wo ist mein Schild? Da ist mein Schild. Und ich brauch die Spitzpfeile. Fast nur das Schöne ist ein Bürger schwer. Achso, einmal bitte weggucken. Ja, war gut ausgerüstet. Oh. Was hat er denn dabei gehabt? Also erst mal ins Pferd. So viel wie möglich. Ach, in der... Oh, okay. Die sind gar nicht so schlecht. Kettenhand, okay. Das ist... Haben wir das Gleiche an? Weg damit. Haben wir bessere. Nee, eigentlich gleichwertige sogar. Oh, das ist jetzt interessant. 18. Meins macht... Okay, meins macht 24. Gut. Das hätte er natürlich noch sein können. Okay. Kreuzerte Haube weg. Du weg. Waffen. Bürger Schwert. Wir müssen so viel wie möglich in mein Schwert packen. Äh, ins Schwert. Ins Schwert. Der... Der hat 1000 Langstreckenpfeile dabei gehabt. Ist das ein Witz? Ist ja kein Wunder. Die sind so gut aufgestellt. Ähm. Halt. Hier liegt niemand. Nein, nein, nein. Kann man den hier runterschmeißen? All runter. Das ist doch aber ein Kumane. Kann man mir doch erzählen, was man will? Oh. War ein Headshot. Was hat er denn noch so? Hm. Ey, ich überfall glaube ich das Lager und mache hier alles einfach alleine platt. Ich weiß, wo es nachts hier war, waren hier bis zu fünfe Mann, die patrouilliert haben. Ich höre schon wieder was. Ähm. Ähm. Oh. Sehr schön. Hund. Hast du auf meinen Hund zu hauen? Also wirklich. Ja, Hund. Genau. Sieh ich genauso. Wir sind schon wieder überladen. Ähm. Nein. Äh. Satteltasche. Ich glaube, mein Pferd ist auch gleich überladen. Ja. Toll. Wir können gleich wieder zurück reiten. Und Sachen verkaufen. Hehe. Ähm. Dann können wir Gift mitnehmen. Äh. Ja. Das ist auch. Das sind kumanische Sachen. Sacka. Das sind kumanisch. Nur Banditen. Ähm. Können wir gleich. Wie sieht unser Gefährte aus? Der braucht glaube ich auf jeden Fall was zu essen. Der hat nämlich ein bisschen was abbekommen. Füttern. Ja. Du kriegst einen Hasen. Hier guck mal. Du kriegst Hase. Geh mal weg hier. Danke. Es kann doch nicht sein, dass ich schon wieder überladen bin. Also ja. Die Rüstung von denen wiegen nicht wenig. Aber. Okay. Das sind eindeutig die Pfeile. Weil der hat auch schon wieder 1,3k Pfeile dabei gehabt. Das kann doch nicht sein. Ich bin immer noch überladen. Ja. Wie gut. Die Pfeile. Müssen wir mal gucken. Wie viele Pfeile waren da noch. Wegpacken können. In unser Pferd. Ja. Geht. Ne. Damit ist unser Gefährte eigentlich auch schon wieder voll. Ach du heilige Mom. Ja. Ich würde sagen. Wir gehen erstmal wieder zurück. Sachen verkaufen. Gift einstecken. Das bedeutet. Ein Timeback. Wo werden wir gut Sachen los? Oh shit. Eigentlich in Sasao. Und in Ratai. Leider Gottes. In Ratai. Hier haben wir keinen großen Verkäufer. Der Schmied hier. Da haben wir auch nichts. Das ist ein Problem gerade. Die haben da auch nichts. Also wir haben auch. Hier könnte noch gut was zu verkaufen sein. Aber auf jeden Fall in Ratai. Eventuell. Ne. Bei dem Müller glaube ich nicht. Bei dem Müller könnte noch gut was zu verkaufen sein. Also der kürzeste Weg. Ich muss jetzt mal überlegen. Wer Talenberg theoretisch. Klar. U-Schütze. Da haben wir aber auch. Glaube ich nicht so einen großen Verkäufer. Also wir sollen ja wie so nach Talenberg. Dann würde ich sagen. Wir gehen auch nach Talenberg. Sagen hier ein Dillwisch Bescheid. Wir haben jetzt drei Mann ausgeschaltet. Mit. Wie viel K Pfeilen? 2,5 K Pfeiler. Die weniger auf. Uns prasseln. Könnten. Drei Toten. Weil ich weiß hier vorne gibt es doch noch einen Händler. Aber der hatte nie viel Geld. Der hat leider nicht viel Geld. So gucken wir mal. Danke. Danke. Ah Handel. Wenn du Geld hast. Ich habe Geld. Die Frage. Du hast. Du. Du hast immer noch kein Geld. Immer noch nicht. Die Frage ist. Können wir drinnen handeln? Da haben wir ja einmal unten die Köchin. Die könnte. Mit der könnte man eventuell handeln. Mit dem Jäger oben könnte man auch noch handeln. Ne. Doch. Wo noch? Kochen. Da ist die Köchin. Köchin. Wir werden mal kurz mit dir reden. Ja. Dich auch. Lass mal bitte handeln. Du hast sogar ein bisschen Geld. Das ist gut. Dann können wir dir ein bisschen was verkaufen. Weil Hasenfleisch weg. Der Kohl. Den brauchen wir definitiv nicht. Käse kann auch weg. Die Räucherwurst würde ich behalten. Den Rest auch. Können wir dir noch andere Sachen verkaufen? Nein. Schade. Doch Schnaps. Brauchen wir nicht. Komm. Wir feitschen nicht. Wir verkaufen einfach. Was weg ist, ist weg. Dann gibt es hier noch einen Jäger. Den könnten wir noch. Aber erstmal müssen wir mit Herrn Diewisch. Ey. Nicht wegrennen. Würdest du mal hierbleiben? Nicht schon wieder beten gehen? Sei gegrüßt. Was brauchst du? Was ich brauche. Herr Ratzik bittet um Verstärkung. Herr Ratzik schickt mich mit einer wichtigen Nachricht. Er bittet um Verstärkung. Er braucht mehr Männer? Was ist passiert? Die Banditen und Kumanen haben in Priebus Lavitz ein Lager errichtet und führen etwas im Schilde. Herr Ratzik will sie angreifen, hat aber nicht genug Männer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles von Anfang an. Ich konnte das Lager der Banditen ausfindig machen, die Neuhof über vielen. Es ist kein gewöhnlicher Haufen von Schurken, sondern eine kleine Armee in einer befestigten Anlage. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen, aber sie bereiten sich auf irgendetwas vor. Herr Ratzik will sie vernichten, bevor sie zuschlagen. Es ist also schlimmer, als ich dachte. Herr Ratzik hat recht. Wir sollten handeln, ehe es zu spät ist. Meine Männer bekommt er. Du müsstest all deine Männer aufbieten, bis auf ein Paar, um die Burg zu bewachen. Was? Wir können Thallenberg nicht unbewacht lassen. Wir haben keine Wahl, Herr. Die Banditen haben verdammt viele Männer. Herr Ratzik lässt sein Lager auch nahezu unbewacht zurück. Er bat mich sogar Herrn Hanusch, um Verstärkung zu bitten. Wir brauchen jeden Mann. Also gut. Herr Ratzik weiß, was er tut. Ich lasse die Männer antreten und unterstelle sie Hauptmann Robert. Würdest du meine Männer hinführen? Äh. Nö, ich muss mich vorbereiten. Also gut. Aber lass uns nicht warten. Vermutlich rechnen sie nicht mit uns, aber wir müssen diesen Vorteil nutzen, solange es geht. Gott sei mit dir. Okay, das bedeutet, wir müssen eigentlich nur noch... Ich dachte, wir sollen ja auch Herrn Hanusch Bescheid geben. Hm. Na gut. Wir werden mal die Händler hier nochmal abklappern, ob die noch irgendwas haben. Und ich glaube, wir sollten dann mal gucken, dass wir die Pfeile eventuell nur die behalten, die wir wirklich auch brauchen. Äh, die wirklich am meisten Schaden machen, weil die können wir auch zur Jagd benutzen, wenn wir da so viele dann haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir bei einem Angriff, den wir durchführen, ebenfalls in der Lage sein werden, so viele Pfeile mitzunehmen. Und da wir da mit voller Kanne reingehen, einfach so... Uh, Hallöchen, da mal... Entschuldigung. Da muss denn... Da ist er ja, der Jägersmann. Ähm, hoffentlich hat er Geld. Hast du Geld? Ich brauche nicht, ich brauche Geld. Oh, 500. Er hat 500. Immerhin. Verbesserter Jagdpfeil. Ist nicht so gut wie der Spitzpfeil. Also können wir die ja alle verkaufen. Wie viel gibt es? Das ist doch mal schon mal eine anständige Summe. Und mal noch... Was wird bei ihm verkaufen können? Oh. Hm, haben wir irgendwelche... Nee, haben wir hier nicht. Ähm, wir machen mal folgendes. SK... Nee, den Handel abbrechen will ich eigentlich nicht. Ich glaube, dann verschlechtert sich unser Ruf. Ach komm, wir handeln erst mal das erste Mal mit ihm. Ware prüfen. Wir feitschen nicht mal mehr. Ähm, geh fährte. Die Fackeln brauchen wir definitiv. Was wiegt denn... Ach so, wir können gucken, was am meisten... Ja, okay. Oh, so viel wert. So. Gewöhnliche Pfeile können wir definitiv wegschmeißen. Langstreckenpfeile. Spitzpfeile. Verbesserter Spitzpfeile. Verbesserter Jagdpfeile. Also die können wir... Äh? Was denn jetzt passiert? Ich würde sagen, wir verkaufen noch Jagdpfeile so viel wie möglich. Waffen verkaufen. Waffen. Waffen. Die Frage ist, wie viel... Okay. Äh? Ein bisschen können wir noch. Ja. So. Und dann würde ich sagen, feitsche mal doch nochmal. Und nehme mir noch die 0,9 ab. Falls es überhaupt geht. Okay. Hier. Danke. Tausend. Gut verbessert. Und wir haben wieder ein wenig Geld verdient. Und konnten viele, viele Pfeile verkaufen. Sehr gut. Und dann hätten wir hier in Thallenberg theoretisch unten noch einen Händler. Ich glaube aber, das waren eher so Händler für allgemeine Sachen. Ich würde schon gerne noch Rüstung etc. pp. mitnehmen, weil... Wie kommen wir denn hier rüber? Entschuldigung. Ähm. Was? So. Hier beim Aktivitätengeber war, glaube ich, irgendwo ein Händler. Also einmal hier. Glaube ich zumindest. Aber die Aktivität werden wir jetzt nicht machen. Der Gerber. Ja. Nee. Ich will keine Arbeit. Ich will verkaufen. Hey. Nee. Doch. Willst du etwas? Ja. Ich will mit dir handeln. Wie spät ist denn das? 17 Uhr. Du hast den Handel eingestellt? Um 17 Uhr? Was ist mit dir los? Was ist mit dir? Ob mir? Mhm. Auch eine geile Ausfrage. Ist dir was passiert, weil du schon um 17 Uhr dein Handelsimperium zugemacht hast? Was ist von hier am nächsten dran? Das Klo... Das Klo... Das Klo... Und im Notfall lassen wir halt die Pfeile, die die Leute da haben, einfach links liegen. Ja. Ich hoffe, die Schmiede... Wir haben zwei Schmiede. Der untere kauft alles. Das weiß ich. Der obere kauft, glaube ich, nur Waffen. Deswegen hoffe ich, dass zumindest einer von denen noch da ist. So... Perfekt. Er ist nämlich, glaube ich, noch alles Kölfahn. Wir gucken kurz, was er hat an Geld. Lass uns mal handeln. 4K. 4K. 4K ist gut. Also für 4K kriegen wir einiges los. Wir verkaufen ihm schon mal die verbesserten... Äh... Jagdpfeile. So, und dann holen wir unseren Gefährten. Ich... Ich weiß nicht, ob er Bögen kauft. Aber jetzt gucken wir mal. Wir haben hier den Langstreckenpfeil. Der ist gut. Verbesserter Langstreckenpfeil sogar. Jagdpfeile. Verkaufen. Verbesserter Spitzpfeil können wir erstmal behalten. So, ich weiß, er kauft auf jeden Fall sowas hier alles. Das würde auch der Schneider theoretisch kaufen. Aber da weiß ich nicht, ob der noch da ist. Ich hoffe, da sind nicht zu viele gestohlene Sachen dabei. Weil die können wir leider nicht verkaufen. So, dann haben wir noch die Bücher. Die werden wir hier auf jeden Fall los. Das... Das sollte dann eigentlich erstmal passen. Und wir gucken, dass wir das vielleicht bei dem drüben loswerden. Wenn der noch da ist. Sonst müssen wir das hier machen. Wenn das Geld überhaupt reicht. Das weiß ich halt überhaupt nicht. Okay, er verkauft... Er entkauft auf Bögen. Das ist sehr gut. So, hier hast du noch Jagdpfeile. Und dann... Nein! Boah, ich dachte gerade. Entschuldigung. Ähm... Wir machen mal folgendes. Alles Gute. Wir enden die Folge für heute. Ich werde noch alles verkaufen. Und werde... Dann... Glaube ich... Hier noch schlafen. Und dann sehen wir uns am Morgen wieder. Daher... Danke fürs Zusehen und... Tschödelü!